In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie ganz einfach mit Hilfe eines kurzen Shortcuts, oder auf deutsch Kurzbefehls, einen QR-Code erstellen können, ohne auf eine extra Webseite zu gehen. Dafür suchen Sie zunächst Kurzbefehle oder Shortcuts, gehen dann auf Suche, QR, dort wird bereits ein QR-Code erstellen Shortcut angezeigt, den können Sie ganz einfach hinzufügen, anschließend drücken Sie auf den Shortcut, wählen aus, ob Sie dahinter verbergen wollen. Wir möchten eine Webseite einfach nur öffnen, dann wählen wir die Webseite aus, tippen das ein. Ich nehme hier an dieser Stelle die Webseite der Medienbildung vom NLQ, auf Fertig drücken und nun haben wir einen QR-Code erstellt bekommen. Und mit diesem QR-Code können Sie nach Belieben weiter agieren, unter anderem über den Share-Row, teilen oder das Bild speichern oder einfach nur kopieren, um anschließend in einer anderen App diesen Shortcut zu verwenden. Und dann, dass wir uns noch mal sehen, dass wir die Webseite verändern. Und dann, dass wir heute noch einmal sehen, dass wir heute noch mal sehen, dass wir heute Thanksgiving Day with Day made to happen. Und dann, wenn wir das jetzt auch heute noch einmal sehen, was wir heute noch nie beantworten haben können. Und dann, wenn wir uns nun mal sehen, dann fighten wir uns auf jeden Fall in den allen EULT-UK-Kreis-Dяхern. Und dann, wenn ihr euch jetzt schon wieder ein und stellen sehen, dass wir ein Quartier mit Ihnen ultimately anwenden. Untertitelung des ZDF, 2020